einen wunderschönen guten morgen schön dass du eingeschaltet hast ich hoffe du hast gut immer noch geschlafen und bist relativ entspannt in den tag gestartet schön dass du eingeschaltet hast vielen lieben dank für den abo für den like und für den kommentar ja lass uns mal reinschauen was die geistige welt heute für eine botschaft für dich hat bedenke bitte dass es ein allgemeines reading ist du kannst damit in resonanz gehen muss es aber nicht es kann aber sein dass sie ein wichtiger impuls für dich dabei ist ja genau zu dem zeitpunkt für dich richtig ist so schauen was die geistige welt zu ermitteln hat wer hier angesprochen werden kann und darf und ich würde sagen wir tauchen einmal ein in dem sinne lass uns mal die reise starten liebe lichte geistige werde ich bitte einmal um eine klare botschaft für die folgende reisegruppe wer darf denn hier heute jetzt etwas erfahren zu genau diesen zeiten dankeschön weibliche person wo guckt sie nicht hin wo guckt sie nicht hin alles klar also wenn du jetzt ein mann bist und mit rüber schaust dann bist du natürlich auch die weibliche person münzes bitte einmal auf deine eigene situation um die lautet dann hier der tenor naja du eierst rum du eierst rum kommst ja nicht voran aber du willst das aber das geht irgendwie hier nicht so ne worum geht es denn hier ich glaube ich muss ich gleich noch ein bisschen klären da ist die schlange gefallen die schlange kann jetzt natürlich wirklich eine person darstellen muss es aber nicht zwingend dankeschön dankeschön das ging flink da haben wir schon den stolper stein so ja was darfst du denn hier jetzt wissen ja ich muss aber trotzdem noch mal die schlange abklären es kann hier jetzt wirklich um drei frauen gehen tatsächlich muss aber nicht zwingend lass mich mal hier noch mal kurz gucken auf die schlange oder komplikationen liebe lichte geistige welt worum geht es dankeschön was haben wir denn hier die sense den turm und die verbindung ich glaube die legung greift auf wenn du meine legung geschaut hast und zwar dass dein gegenüber hier eine lernaufgabe bestanden hat dann könnte das hier jetzt der fortlauf sein dann könnte das hier jetzt tatsächlich der fortlauf sein ich denke so kannst du das ganz gut erkennen so müssen wir mal herausfinden ich bin gerade selbst ein bisschen confused ich muss echt mal hier gucken ich glaube hier hat jemand ärger bekommen aber so richtig ich glaube ich krieg gerade rein hier steht jemand zur seite und davon weißt du nichts hier steht dir jemand zur seite und das weißt du nicht oder ist krass das ist echt eine spannende legung heute ja so ist es nämlich also wie lautet dann jeder tenor thema dreierkonstellation absolut ja spür mal dich hinein ob du damit jetzt irgendwas anfangen kann sich denke ich gehe in der annahme dass die meisten hier tatsächlich damit was anfangen können thema dreierkonstellation das ist echt krass also wirklich jetzt erstmal dreierkonstellation ich will mal gucken wo schaut die dame da oben denn hin ins haus das haus und der sagt ach so ja das ist das hier oben bist du die dame da oben mit den masken bist du selber und ich bräuchte bitte noch einmal eine karte auf die dame hier unten die in die mäuse schaut dankeschön lieb das herz dann ist sie das hier ne das ist ja eine herzensangelegenheit das ist echt hier das ist echt eine krasse erleben hier also das wird spannend echt spannend muss ich schon sagen ich sage gleich was lass ich manchmal noch mal die karten auslegen ich bräuchte bitte noch einmal eine karte auf die dame hier unten dankeschön sehr freundlich sehr kommunikativ ich weiß jetzt nicht ach so alles klar das kreuz die blumen und der garten so zukünftige tendenzen wie sieht es hier aus so rein pro forma wie sieht denn hier die entwicklung aus also ich sehe es ja schon aber da wehrt sich aber auch jemand hier ne also das ist echt also hier sind mehrere personen weil wir gucken mal hier krass 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 hier sind wir so die bestätigung für das was ich hier schon sehe oh man ich glaube hier muss jemanden opfer abgeben aber opfer nicht im sinne von wirklich hier einem rituellen opfer sondern eine angelegenheit loszulassen etwas freizugeben hier opfert sich jemand ich habe irgendwie so das gefühl für dich aber das hat hier was mit einer dame zu tun ihr lieben männer ihr münzt das bitte auf euch selber um das kann man hier alles nicht so gut erkennen aber ich denke mal ähm hier die fische und er selber gut naja das wird kompliziert ja ist eine komplizierte angelegenheit aber wahnsinnig spannend das ist hier eine angelegenheit von der du hier überhaupt gar keine ahnung hast du weißt überhaupt gar nicht was hier im hintergrund passiert das ist wahnsinnig interessant sehr sehr spannend kann ich wirklich nicht anders raus geben wo fange ich jetzt an ich glaube ich fange bei dir hier oben an hier oben bist du das bist du selber als zuschauer ja hinter dir liegen die masken hier ist eine angelegenheit ähm du siehst etwas nicht du drückst auch irgendetwas von dir weg die wahrscheinlich hier diese angelegenheit in einer dreier konstellation die drückst du hier von dir weg ist ja auch nicht verkehrt ist ja auch richtig weil du guckst dir ins haus rein das heißt hier für mich allerdings schon ähm dass du hier aufgrund dieser angelegenheit überhaupt nicht mehr stabil warst gar nicht mehr stabil nicht in deiner sicherheit du warst hier komplett aus dem aus dem häuschen aber negativ gesehen das hat dich ja einfach nur unfassbar belastet unfassbar belastet ne und diese angelegenheit die hatte ich ja auch wie gesagt in die instabilität gebracht du hattest auch gar kein vertrauen mehr an diese verbindung gesteckt für dich war hier allerdings der ofen auch schon aus das hast du hier für dich wirklich geklärt für dich ist hier der ofen aus für dich geht es hier auch nicht mehr weiter du möchtest hier jetzt selbst ähm wieder in deine stabilität in dein vertrauen und in deine sicherheit kommen und baust dir hier auch sozusagen wieder dein eigenes leben auf und das ist super und das ist genau richtig so weil du dich hier um dich selbst kümmerst du bist dir hier am nächsten wichtig und das ist auch genau die richtige einstellung die du hier hast weil bei dir transformiert sich hier auch etwas bei dir transformiert sich etwas du legst auch etwas ab du legst etwas nieder du hast hier für dich einen entschluss gefasst eine angelegenheit zu beenden und höchst wahrscheinlich geht das hier um diese angelegenheit mit deinem herzens menschen ähm weil es hier einfach nicht mehr voran ging so das spannende an der ganzen angelegenheit ist ähm dass du hier etwas nicht siehst du weißt hier gar nicht was wirklich los ist wie gesagt du bist mit dir selbst beschäftigt du gehst hier deinen eigenen weg vollkommen richtig so vollkommen richtig aber was du hier jetzt wirklich mal so wissen darfst ist was hier hinter deinem rücken abgeht und das ist echt spannend das ist sowas von spannend ähm ich weiß hier gerade gar nicht wo ich anfangen soll muss ich dazu sagen ähm ich glaube ich fange erstmal hier so mit den äußeren Karten an bevor ich hier ins Hauptdeck eintauche sag ich jetzt mal also komm ruhig mit ja komm mit auf Schiff und ähm ich zeig dir mal wo die Reise hier lang geht das ist echt mega spannend also wie gesagt hier oben haben wir es geklärt hinter deinem rücken geht hier die Post ab im wahrsten Sinne des Wortes davon weißt du hier wirklich nichts dein Gegenüber ob Mann oder Frau das ist jetzt egal guckt hier in die Fische rein die Fische die können hier jetzt natürlich auch für Finanzen stehen für finanzielle Angelegenheiten aber das glaube ich eher weniger weil wir haben hier mehrfach die Verbindung drin ne also es kann natürlich hier um eine vertragliche Angelegenheit gehen aber kriege ich hier jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich rein ich glaube es ist hier eine Liebesangelegenheit ähm und hier wird mächtig aufgeräumt aber vom Allerfeinsten dein Gegenüber beschäftigt sich hier gerade enorm mit dem Thema Gefühle und Emotionen ja er ist gerade mit sich selbst beschäftigt ist ja auch in Ordnung weil er hier etwas für sich klärt er klärt seine Gefühle und stellt hier auch einiges in Frage er stellt hier einiges in Frage im Thema oder in Bezug auf seine Gefühle für eine andere Person ja das kann hier jetzt die Schlange muss jetzt hier nicht immer zwingend die Rivalin sein für den einen oder anderen ist es tatsächlich die Rivalin aber die Schlange kann hier auch eine Mutter darstellen die kann eine Tante darstellen eine Schwester ein Bruder ein Onkel Vater Mutter Schwiegermutter Schwiegervater was auch immer ja und das musst du jetzt mal auf deine eigene Situation ummünzen du wirst jetzt zu dem Zeitpunkt wissen wer für dich hier diese Schlange darstellt ne also für die meisten ist es hier tatsächlich die Rivalin und ähm dein Gegenüber hinterfragt hier tatsächlich viel viel sehr sehr viel er geht hier auch in die Tiefe und setzt sich hier mit tiefen Emotionen auseinander und davon weißt du hier nichts dass er sich hier gerade mit dieser Thematik beschäftigt und er ist auch sehr damit beschäftigt und er möchte hier auch etwas wieder ins Fließen bringen dein Gegenüber möchte hier etwas ins Fließen bringen boah guck dir das an ist das hier Hammer also das ist hier eine hammer starke Legung auch wenn hier so viel Kuddelmuddel drin ist aber ich krieg das hin ich krieg das irgendwie hin um um euch auch nicht hier großartig zu verwirren ähm das ist der Knaller hier schau dir das an dein Gegenüber guckt aber das siehst du nicht ne das ärgert mich gerade warte mal kurz ich krieg das hin mein Tisch ist nämlich auch hier gar nicht so groß aber das macht nichts es kommt ja hier auf die Botschaft an ne und da haben wir noch den Mond also pass mal auf dein Gegenüber setzt sich hier jetzt gerade wirklich aktuell mit dem Thema Gefühle auseinander und diese Gefühle die belasten ihn die er hier hat höchstwahrscheinlich konnte er hier etwas nicht ausleben was ausgelebt werden wollte und das kann hier jetzt mit dir in Zusammenhang stehen das kann aber auch auf die andere Person treffen pass mal auf ich glaube hier hat sich für dein Gegenüber nichts erfüllt hier ist überhaupt nichts in die Erfüllung gegangen und man sieht hier auch diese Konstellation mit der Rivalin also mit der Schlange ähm dass es hier um eine Angelegenheit geht die ihn hier ganz schön zu schaffen gemacht hat deinem Gegenüber geht es gerade nicht so wirklich gut so und er ist jetzt dazu irgendwie ich will nicht sagen verdonnert worden aber irgendwie muss er sich jetzt mal auf den Hosenboden hinsetzen und seine Gefühle klären und es macht das macht er auch tatsächlich denn irgendetwas ist hier bei ihm im Ungleichgewicht gefühlsmäßig im Ungleichgewicht etwas stimmt hier partout nicht und dein Gegenüber wurde jetzt hier von der geistigen Welt dazu verdonnert ich sage es jetzt einfach mal so wie es ist um sich hier mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen hinterfrage deine Gefühle hinterfrage deine wirklichen tiefen Gefühle ich glaube nämlich zu der Rivalin hatte er nur oberflächliche Gefühle also Gefühle die hier nicht mit Tiefgang irgendwie in Verbundenheit stehen weißt du das war hier alles nur so ein oberflächliches Geplänkel also hier ging nichts mit ihr in die Tiefe er hat hier irgendwie nichts nicht so richtig gelernt weißt du er hat hier irgendwie nicht so wirklich was gelernt und jetzt muss er hier lernen zu unterscheiden für wen er welche Gefühle hat kannst du mir folgen ich glaube schon denn ich glaube nämlich du spielst hier eine wichtige Rolle dadurch dass du hier jetzt deinen eigenen Weg gehst und gar nicht weißt was hier abgeht das wird heute eine längere Legung deswegen ja da du gar nicht weißt was hier abgeht kriegst du das auch nicht so mit ist ja auch nicht schlimm weil du machst hier dein Ding und das ist genau richtig ja mach weiter du hast die Legung gestern gesehen hier mit hammerstarke Botschaft und du bist hier jetzt voll auf deinem Weg ich glaube das ist hier der Fortlauf kann aber auch der andere Fortlauf sein dass dein Gegenüber hier eine Lernaufgabe bestanden hat und zwar sich erstmal hier von ihr zu trennen jetzt muss er aber in die nächste Lernaufgabe rein und zwar sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen so und nun ist es hier folgendermaßen für die Rivalin hatte er hier eine oberflächliche Gefühl hier ging nichts in die Tiefe sie hat sein Herz nicht berührt du hingegen schon und auch wenn und das sieht mir danach aus als hättet ihr hier keinen Kontakt und auch eine Distanz zueinander es ist wirklich so er macht sich hier ganz ganz große Gedanken um seine Gefühlswelt es ist auch so gewollt dass er sich damit auseinandersetzt weil er hier etwas hinterfragen muss er muss hier etwas hinterfragen für wen habe ich hier wirklich Gefühle und er muss es hier klären damit er hier wirklich für sich selber diese Erkenntnis auch ziehen kann das ist hier eine Lernaufgabe es ist eine Lernaufgabe ich weiß nicht wie lange er hier braucht viele fragen oh schon wieder Lernaufgabe und oh wann hört es dann auf naja solange wie dein Gegenüber halt auch die Zeit benötigt um das hier aufzuarbeiten er arbeitet das gerade hier auf du gehst weiter bleib bitte nicht stehen in der Stagnation du gehst bitte weiter ähm denn dein Gegenüber das ist echt wahnsinnig spannend denn ähm er hat hier wirklich große er macht sich hier wirklich ganz ganz große Gedanken ganz große Gedanken und er weiß auch das Ganze ist hier irgendwie vom Schicksal her vom Schicksal so geführt und ähm möchte hier aber auch wieder was uns fließen bringen das sehe ich ja auch ja aber das ist ihm momentan hier einfach noch nicht so ganz möglich ähm weil er hier so belastende Gedankengänge hat die ihn hier wirklich quälen ja es quält ihm hier regelrecht ähm das soll aber aufhören deswegen hat er hier auch keine andere Wahl um sich jetzt mal auf den Hosenboden zu setzen und sich dieser Thematik und sich dieser Thematik hier zu stellen weil das hat er hier einem Anschein nach nie getan ne er ist wohl so jemand der Gefühle nicht zulassen kann oder nicht zulassen konnte aufgrund gewisser schwieriger Ereignisse aus der Vergangenheit an denen er irgendwie immer und immer wieder erinnert wurde die ihn angetriggert haben die er hier irgendwie nie vergessen konnte die er aber auch nicht heilen konnte ne ja und jetzt sagt die geistige Welt so Freund der Nacht jetzt geht es hier nicht mehr anders wenn du vorankommen möchtest dann musst du hier jetzt mal deine Gefühlswelt genauer inspizieren und dich mal hier hinterfragen für wen du hier wirklich Gefühle hast und mich zieht es ganz ganz stark zu dir da oben hin ja dass dein Gegenüber hier jetzt durch diese Lernaufgabe dann mal auf den Trichter kommt dass die Gefühle die ja hier irgendwie die ganze Zeit er hat sich hier nur was vorgemacht er hat irgendwie geglaubt die Gefühle die er hier hatte waren für sie aber die Gefühle für sie waren nur oberflächlich und das wird ihm bewusst denn die Gefühle die er hier eigentlich die ganze Zeit irgendwie versucht hat auf diese Dame zu projizieren waren nicht für sie sondern für dich so das ist das was du nicht weißt und das ist auch das was du hier immer und immer wieder angezweifelt hast hat er Gefühle für mich ist da was ja ich glaube er wusste das hier auch gar nicht so wirklich dass die Gefühle die er hier hat was mit dir zu tun haben und nicht mit dieser anderen Frau oder mit diesem anderen Mann das ist echt interessant das ist mega spannend ne und man sieht ja auch dass es eine Situation ist in der es hier irgendwie nicht mehr voran ging ne dieses ganze Gefühlsbeben dieses hin und her on und off das hat ja hier auch eine Stagnation ausgelöst also man hat ja hier nur umhergeeiert ihr seid ja beide hier nicht vorangekommen ne vor allem er nicht ne vor allem er nicht und hier gab es auch eine Zeitverzögerung weil sich hier immer und immer wieder was in die Länge gezogen hat höchstwahrscheinlich weil er sich hier mit seiner Thematik nicht auseinandergesetzt hat oder nicht auseinandersetzen wollte aber jetzt hat er hier keine andere Möglichkeit er hat hier einfach keine andere Möglichkeit er muss jetzt da ran weil sonst wird wird er hier immer und immer wieder in das gleiche Muster zurückfallen und das ist nicht gut für ihn weil dadurch würde er nie in den Flow kommen sondern immer und immer wieder stagnieren immer und immer wieder und das soll ja hier gar nicht mehr stagnieren das soll ja aufhören damit er vorangehen kann vorankommen kann und das hat hier immer und immer wieder so ein Eiertanz ausgelöst ja irgendwie so dieses verwirrt sein dieses Ziel diese Ziellosigkeit dieses nicht wissen wohin es geht wohin es führt aber das ist das eine aber das andere man wollte ja irgendwie man wollte aber man wusste hier irgendwie nicht so wirklich wie irgendwie hat hier so der Weg gefehlt die Führung die Führung hat hier gefehlt ja weil dein Gegenüber hier aber auch mega instabil und unsicher war deswegen konnte er sich darauf auch gar nicht einlassen ne das hat mit dir hier oben nichts zu tun das geht dir jetzt wirklich um dein Gegenüber ne und das hat hier natürlich eine mega Komplikation mit sich gebracht natürlich eine Zeitverzögerung und Schwierigkeiten weil das hier für ihn echt enorm belastend und schwer ist weil er es nie gelernt hat er hat nie gelernt Gefühle zuzulasten er hat nie gelernt Gefühle auszuleben er hat auch wahrscheinlich nie die Kommunikation gelernt heißt ähm die Gefühle auszusprechen die man hier für dich oder füreinander empfindet das hat er nie gelernt und ich glaube auch ganz ganz stark dass er nie gelernt hat zu lieben hier ist eine Person hier ist ein Gegenüber er oder sie hat nie gelernt zu lieben wahrscheinlich wurde er oder sie auch nie geliebt das kann sein muss jetzt nicht zwingt und er weiß einfach nicht was es ist und deswegen muss er sich jetzt hier damit auseinandersetzen weil es Liebe ist zwischen euch beiden mit der anderen nicht aber da komme ich gleich drauf ich sag gleich was dazu ne und ja so traurig es auch ist das mag ich jetzt aufgrund verschiedener Angelegenheiten aus der Vergangenheit sein vielleicht hat er eine ganz ganz tolle Beziehung irgendwie mal in der Vergangenheit gehabt und wurde dann maßlos enttäuscht dass man hier irgendwie sein Herz verschlossen hat und sich geschworen hat nö ich werde nie wieder irgendwas zulassen und werde andere dafür irgendwie abstrafen das kann hier so ein typisches Verhalten von deinem Gegenüber sein dass er seine eigenen negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit auf dich projiziert hat und dich dadurch abgestraft hat ne also dass er hier diese Thematik nie in die Heilung gebracht hat nie losgelassen hat nie verziehen hat aber nun dreht sich hier das Blatt und er hat jetzt hier keine andere Wahl mehr ne weil er würde dich sonst immer und immer und immer wieder abstrafen deswegen ist er hier auch noch der Rückzug bei euch beiden angezeigt und es würde auch hier gar nichts bringen solange er es hier nicht geklärt hat würde ein auf dich zukommen nichts bringen weil er würde dann wieder ins gleiche Muster zurückfallen das soll hier aber nicht passieren das soll hier überhaupt nicht passieren ne weil man soll ja hier wirklich auf Augenhöhe dir entgegen kommen und das kann er nur machen wenn er weiß ähm ja wenn er es halt einfach weiß wenn er die Antwort auf seine Frage bekommen hat ne die würde er aber kriegen indem er sich hier mit seiner Thematik jetzt endlich mal auseinandersetzt so eure Situation ist wie gesagt ein absoluter Eiertanz zielos orientierungslos man sieht hier ähm nicht so wirklich wo man hier eigentlich hinläuft also wo soll das Ganze denn hinführen hat das hier überhaupt noch eine Chance hat das überhaupt noch eine Möglichkeit gibt es hier noch Wege und Chancen hier die Verbindung irgendwie wieder ähm aufrecht zu erhalten kommt hier wieder eine Stabilität rein da kann ich dir aber sagen ja hier kommt eine Stabilität rein weil es hier eine positive Entwicklung gibt in eurer Situation und diese positive Entwicklung ist jetzt wie folgt da möchte ich jetzt aber bitte dazu sagen nimm es nicht persönlich ich sage nur so wie es ist ja nimm es bitte nicht persönlich und fühl dich auch hier nicht angetriggert und solltest du dich angetriggert fühlen dann schau mal bitte was du eventuell noch für eine Thematik hast denn ähm es ist so diese positive Entwicklung ist tatsächlich dass er sich hier von dieser anderen Dame trennt ich habe es hier wie in einem Kartenblatt wenn es keine Person ist dann ist es hier einfach diese Komplikation in eurer Verbindung diese Schwierigkeit diese Zeitverzögerung weil er hier nicht in die Gänge gekommen ist ja das geht hier zu Ende das hat ein Ende aber ich glaube es geht hier um eine andere Person weil wir hier den Ring haben und der Ring der steht für Verbindung Beziehung ja und ähm das kann ja auch eine Ehe sein und hier haben wir die Sense wir haben den Turm wir haben die Verbindung und da schaut die Schlange direkt rein bedeutet und zumal liegt die hier auch noch am Kartenrand und ihr wisst ja alles was am Kartenrand liegt das arbeitet diese Energien sind aktuell präsent ähm die Trennung von der Schlange die ist schon passiert ja und ich habe es zweimal einmal hier und einmal hier doppelte Bestätigung dass hier eine Trennung vollzogen wurde eine Scheidung eingereicht wurde und man sich jetzt hier von dieser ganzen Komplikation und das ist auch aber relativ schnell passiert plötzlich unerwartet sehr spontan hat man hier die Trennung eingeleitet die Schlange geht raus oder die Schlange ist raus noch ist sie präsent ja weil die Trennung gerade im Umlauf ist aber nichtsdestotrotz diese Energie der Schlange die geht raus hier ist die Trennung schon vollzogen weil dein Gegenüber hier ja gerade mit seiner Thematik beschäftigt ist und das konnte er ja nur machen wenn er sich hier trennt und das hat er getan so wie scheint hat das wirklich getan oder sie Männer ihr müsst das bitte auf euch um ja und das war ja hier die ganze Komplikation sie war ja hier noch da sie ist übrigens ein karmischer Lernpartner ja sie hat ihm etwas gespiegelt sie musste ihm etwas spiegeln so und das hat was mit seinen Gefühlen zu tun mit seiner inneren Gefühlswelt und Entschuldigung ich musste gerade aufstoßen zurück zum Thema solange sie immer noch präsent war konnte er sich seine Thematik nicht stellen und auch nicht angucken nun ist aber folgendes wirklich passiert die Trennung ist da und ich kriege das wirklich als eine sehr starke Präsenz rein heißt für mich wenn das wirklich so stark ist und ich kriege das wie so einen Druck rein dann ist das eigentlich schon da dann ist es da die Energie ist da die läuft an oder wird demnächst anlaufen das kann hier nicht mal lange dauern und man sieht da hier auch mit den Wegen dass dein Gegenüber hier überhaupt nicht die Chance gehabt hatte sich irgendwie mal zu entscheiden ja er war ja hier entscheidungsunfähig er wusste nicht welchen Weg schlage ich hier jetzt ein aber er hat sich nun entschieden er hat sich entschieden er hat eine Entscheidung getroffen sich von ihr zu trennen weil es ihm hier auch nicht mehr gut ging es ging hier nicht es ging mir hier wirklich nicht mehr gut und darüber musste er sich hier erstmal im klaren werden absolut absolut und es ist jetzt so er hat die Entscheidung getroffen sich von ihr zu trennen das bringt hier aber einen gewissen Streit mit sich irgendjemand ist damit hier nicht einverstanden dass man sich hier von ihr getrennt hat das schmeckt hier einer anderen Dame wiederum nicht also es ist jetzt folgendermaßen entweder schmeckt es dieser Dame hier nicht oder aber die Dame hat dafür gesorgt dass diese Trennung hier eingeleitet wurde bei dieser Dame hier unten habe ich wunderschöne Karten ich habe hier wunderschöne Karten also gehe ich in der Annahme dass diese Dame hier einen positiven Effekt erzielt hat dass dein Gegenüber hier jetzt endlich mal es überhaupt schaffen konnte sich aus dieser Verstrickung zu lösen mit dieser Schlangenenergie ne und sie hat ihm hier auch irgendwie die Leviten gelesen also hier ist eine Dame die ist positiv die ist hier irgendwie zur rechten Zeit die ist hier zur rechten Zeit aufgetaucht weil unter ihr haben wir hier auch das Kreuz das steht hier für Schicksal also pass auf das ist so mega spannend hier ist wieder so viel Schicksalhaftes hier im Kartenblatt hier spielen wieder so viele Komponenten überein und hier zum richtigen Zeitpunkt da zum richtigen Ort und alles ist hier parallel und zeitgleich das läuft hier alles zeitgleich ab das ist so interessant diese Dame die hat dein Gegenüber hier die Leviten gelesen ja diese Dame ich weiß jetzt nicht was das für eine Dame ist aber eine Dame der ist es hier eine Herzensangelegenheit dass sich dein Gegenüber hier aus dieser Verstrickung überhaupt lösen kann weil es ihm hier auch wirklich nicht mehr gut ging ja auch psychisch ging es ihm hier schon auch nicht mehr so wirklich gut seelisch also er war hier echt am Boden und wusste hier aber irgendwie nicht rauszukommen weil es ja auch Abhängigkeiten gab man war hier voneinander irgendwie abhängig man konnte sich nicht trennen aufgrund von Sicherheiten hat man gesagt gut dann bleiben wir hier noch zusammen deswegen auch dieses Oberflächliche aber diese Tiefe die hat er für dich also pass auf zurück zu dieser anderen Dame diese Dame konnte sich dieses Spiel hier nicht mehr länger mit anschauen es tat dieser Dame auch weh dass dein Gegenüber hier so gelitten hat das kann hier eine Mama sein Mama irgendjemand dem dein Gegenüber hier extrem vertraut ist und es hier eine Herzensangelegenheit ist dass es dein Gegenüber hier auch gut geht und diese Dame hat etwas ausgelöst davon weißt du nichts diese Dame hat etwas ausgelöst und auf den Weg gebracht und zwar kann es hier tatsächlich sein dass sie für irgendetwas gesorgt hat dass dein Gegenüber hier jetzt endlich mal die Augen geöffnet worden sind weil er etwas nicht erkannt hat weil er etwas nicht gesehen hat weil er sich hier nur selber etwas vorgemacht hat so und dann hat sie sich hier gesagt jetzt ist Schluss mit lustig ich musste jetzt mal wirklich härtere Worte finden um hier mit ihm mal ins Gespräch zu gehen um ihm auch hier die Augen zu öffnen diese Dame hat dafür gesorgt dass sie in der Trennung eingeleitet wurde weil sie hier wirklich ihn angetrieben hat ihn angepeitscht hat um hier etwas auf den Weg zu bringen und was hat sie auf den Weg gebracht? sie sie hat dafür gesorgt dass diese Dame oder dieser Herr oder Angelegenheit hier oben endlich mal einen Abschluss findet dass das hier endlich mal aufhört dass das endlich mal rausgeht weil dieser Dame ging es hier selber auch unter diesen Umständen nicht mehr gut sie hat mitgelitten die Dame war selber hier im Mangel durch diese Angelegenheit ähm ich weiß nicht wer das ist neben dieser Dame liegt der Hund das kann hier auch eine sehr gute Freundin sein auf jeden Fall eine Dame oder ein Herr Männer, ihr Münsters bitte auf euch um guck wie es für dich passend ist auf jeden Fall diese Dame das scheint hier wirklich eine treue und loyale Freundin zu sein das ist hier keine Liebesangelegenheit auch wenn hier das Herz unten liegt ja aber es ist ihr eine Herzensangelegenheit es ist eine Herzensangelegenheit weil sie hier mitgelitten hat sie konnte sich das ganze Schauspiel hier nicht mehr mit ansehen und hat hier jetzt etwas ausgelöst sodass diese Schlangenenergie jetzt hier raus geht dass diese Verbindung dass diese Trennung dass diese Ehe jetzt endlich aufhört weil sie ihm hier wie gesagt ähm angetrieben hat sie hat ihm die Augen geöffnet sie hat hier wirklich sie hat hier wirklich es ging hier wahrscheinlich auch nicht anders sie musste hier wirklich ein bisschen härter durchgreifen damit er hier jetzt endlich mal aufwacht damit er jetzt hier endlich mal aufwacht und wie gesagt diese Dame konnte sich das ganze hier nicht mehr mit anschauen sie hat es auch versucht immer und immer wieder auf dein Gegenüber zuzugehen mit ihm zu reden, mit ihm zu sprechen sie wollte sich auch mit ihm treffen wahrscheinlich hat sie sich auch mit ihm getroffen um das Gespräch mit ihm zu suchen ja aber er hat hier nie drauf gehört er war hier nicht hörig er war hier irgendwie in seiner eigenen Welt und hat das alles als richtig empfunden was mit dieser Schlange passiert ist er hat das hier einfach nicht geschnallt er hat es wirklich nicht geschnallt sie aber schon sie ist hier echt sehr schlau und ist hier auch sehr taktisch vorgegangen und sie hat und sie weiß ganz genau hier muss es jetzt echt mal knallen damit der Schuss gehört wird oder damit der Schuss gehört werden kann und das was sie hier getan hat das was sie gesagt hat das ist der ausschlaggebende Punkt denn das hat hier ordentlich gefruchtet das hat hier ordentlich gefruchtet kann ich nicht anders sagen und dieser Dame wie gesagt der ging es hier selber nicht gut die konnte sich das hier alles nicht mehr mit ansehen wie gesagt das ist keine Dame auf emotionaler Ebene das ist hier irgendeine andere Dame vielleicht wirklich eine gute Freundin jemand aus der Familie jemand den das ist eine Dame den dein Gegenüber schon sehr lange kennt aber sie hat keine emotionalen Gefühle für ihn sondern wirklich eher so freundschaftlich freundschaftlich emotional und wie gesagt sie hat zur rechten Zeit etwas ausgelöst damit hier jetzt endlich mal was in die Gänge kommen kann und das war ihr auch eine Herzensangelegenheit denn sie konnte diesen Verlust hier einfach nicht mehr ertragen sie weiß auch dass die ist sehr schlau die Dame ist hier sehr sehr schlau sie wusste ganz genau was sie machen muss damit diese Angelegenheit hier jetzt endlich mal ein Ende findet ja und dass es hier auch endlich mal rausgehen kann das ist irgendwie so eine Dame hier mit dem Beschützerinstinkt sie wollte hier dein Gegenüber irgendwie beschützen vor ihr oder ihm das hat sie auch geschafft weil man sich das hier echt nicht also es ist ein absolutes Drama was hier passiert ist und das konnte sie sich hier nicht mehr mit ansehen das konnte sie sich konnte und wollte sich das auch nicht mehr mit anschauen ne ja und diese Dame die hat immer und immer wieder versucht ihr mit deinem Gegenüber zu reden immer und immer wieder mit ihm zu sprechen aber er hat ihr einfach nicht hingehört das tat ihr ihr wirklich schon im Herzen weh und sie hat sich auch sie hat auch diese Freundschaft hinterfragt ja wenn er mir hier nicht zuhört was hat es denn für einen Wert also was ist es denn wert ist er wie sieht er denn hier unsere also ich glaube auch so sie hat hier auch dafür gesorgt dass viele seiner Herzensmenschen ausgegrenzt worden sind Herzensmenschen sind jetzt nicht immer Wunschpartner ja das kann hier Familie sein, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen die hat hier wirklich für eine immense Ausgrenzung gesorgt dass dein Gegenüber hier irgendwie gefühlt kein eigenes Leben mehr hatte und sie hat auch dafür gesorgt dass sie sein ganzer Lebensinhalt ist nur sie und kein anderer sie hat hier niemand anders an dein Gegenüber herangelassen so und das hat sie hier nicht mit sich machen lassen das hat sie hier nicht mit sich machen lassen und hat sich dagegen gewehrt und gesagt jetzt ist hier Schluss mit lustig jetzt teile ich hier aus und dadurch dass sie hier ausgeteilt hat kommt hier eine positive Entwicklung rein erst einmal für sie weil die Freundschaft zu deinem Gegenüber hier wieder aufgebaut wird und auch einmal für dich weil der Rückzug zu dir auch hier aufgehoben wird weil er hier auch in die Pette kommt ne weil er hier in die Pette kommt also ich kann dir sagen Trennung von der Schlange läuft Schlangenenergie sagen wir es mal so Schlangenenergie läuft aus sehr gut das ist hier schon alles auf dem Weg und der damit verbundene Mangel in dem dein Gegenüber durch sie war sie war ja hier nicht im Mangel sie nicht er schon der geht auch raus und für die Zukunft sieht diese tendenzielle Entwicklung hier sehr gut aus ja er kommt hier wieder in seine Heilung er kommt wieder an seine Stabilität er wird viele Themen heilen können und dürfen und es wird auch so sein dass er hier wieder in der Zukunft seine Früchte die er hier jetzt erntet sehen darf weil hier kommt nämlich eine neue Runde neuer Zyklus rein absolut hier wird etwas Neues wieder aufgelebt die Stagnation zu dir wird aufgehoben und die Freundschaft zu dieser anderen Dame die wird hier auch nochmal neu angebunden werden hier kommt ganz viel Stabilität und Heilung rein das ist mega das ist wirklich schön ne aber wie gesagt dein Gegenüber ist hier jetzt erstmal mit sich selbst noch beschäftigt vorerst wird dieser Rückzug auch noch da sein bei euch Kontaktaufnahme momentan noch nicht möglich weil die Trennung von einer Schlange läuft er ist jetzt hier mit seinen Gefühlen beschäftigt ja vielleicht auch Finanzen weil ich ja gesagt habe das war hier nur so eine oberflächliche Angelegenheit und die waren hier irgendwie nur aus Sicherheit zusammen dass er sich hier auch mit seinen Finanzen auseinandersetzen muss weil er hier auch weiß dass er einen Verlust eingefahren hat einen finanziellen Verlust und damit ist jetzt Schluss hier ist jetzt Feierabend weil dieses ganze Drama konnte sie sich hier nicht mehr mit ansehen oder er da musst du mal gucken na wow eine schöne tendenzielle Entwicklung für dein Gegenüber auf jeden Fall was du damit machst das ist dir überlassen entweder sagst du ja okay ich gebe dem Ganzen hier noch eine Chance oder aber du sagst nur ich gehe hier meinen eigenen Weg weiter soll er mal machen das interessiert mich jetzt hier auch nicht mehr das ist vollkommen in Ordnung ne du musst ja sowieso immer abwägen was für dich jetzt hier passend und stimmig ist und du hast ja sowieso einen freien Willen demnach hast du auch eine freie Entscheidung was du damit jetzt hier machst ne entweder sagst du ja gut okay das scheint ja hier eine Chance zu sein das scheint ja hier noch Potenzial zu haben gut dann bleibe ich im Vertrauen oder aber du sagst ähm ja nö mache ich nicht so wow wow hammer das ist echt eine mega spannende Legung also sehr viele Personen sind involviert die hier etwas ausgelöst haben und besonders eine ganz bestimmte Person hat hier für den Zündstoff gesorgt der nötig war damit dein Gegenüber hier jetzt endlich mal an die Decke geht aber positiv das ist hier alles positiv zu deuten ja und auch wenn hier die Schlangenenergie ähm ja was heißt negativ aber das ist halt eine Dame die sich ja die weiß halt wo der Hase langläuft ja und wie sie hier was ähm machen kann ähm um irgendwie ja das zu bekommen was sie möchte ne ja aber ich sage es halt auch so wie es ist es gibt auch wirklich solche Damen oder Herren die hier wirklich ähm einfach nur so gestrickt sind einfach so mega negativ ja und irgendwie an Emotionen und ähm Liebe überhaupt gar keine Interesse haben sondern hier wirklich nur an Sicherheiten an Materielles an Finanzen an Güter an Werten halt einfach ne und das ist echt schade aber gut jeder ist so wie er ist und jeder hat auch so seine Macken und Kanten wir sind alle nicht perfekt und jeder macht Fehler wobei es gibt hier keine Fehler wir sind alle hier um zu lernen und deswegen gibt es auch kein richtig und kein falsch und deswegen ist es hier für ihr auch ist es für sie auch hier eine ganz wichtige Aufgabe Lernaufgabe um sich hier aber auch positiv zu entwickeln ne also es ist für jeden etwas dabei sie wird hier aber auch etwas Positives für sich aus dieser Situation mitnehmen auch wenn sie es hier noch nicht weiß kommt hier für sie aber auch eine neue Runde und ein neuer Zyklus rein zukünftig aber nicht mit deinem Gegenüber der ist hier wie gesagt mit sich selbst beschäftigt du bist auch mit dir selbst beschäftigt und sie hat hier etwas ausgelöst das schicksalhaft war ne und eine neue Runde kommt hier absolut rein Stabilitäten Sicherheiten Verwurzelung Erdung Heilung Erntezeit also hier ist der Ofen noch nicht aus absolut nicht so meine Lieben lass uns mal schauen ich zähle jetzt noch eine Zeitkarte drei Stück du kannst dich für eine Zeitkarte entscheiden und dann schauen wir mal was dein zeitlicher Impuls denn so ist ach warte mal ich würde gerne noch mal fragen was die Engel denn hier noch meinen ihr lieben Engel was meint ihr dann hier noch dazu frage deine Engel aha schau mal eine an ja frage deine Engel ähm ich glaube dass das ist jetzt auf jeden bezogen aber dein Gegenüber wir haben wir hier auch das Kreuz ich glaube dein Gegenüber ist im Glauben weil Fische und Kreuz in Kombination ähm ist auch hier so die typische Thematik einer Seelenpartnerschaft und ich glaube dass er sich damit hier jetzt echt auseinandersetzt und hier auch wirklich jetzt mal irgendwie höhere Mächte ansteuert um Zeichen bittet um Zeichen erfragt ähm was ob das Ganze hier jetzt wirklich so ist ja vielleicht hast du es ihm ja auch irgendwie mitgeteilt ja das ist hier eine Seelenpartnerschaft ähm ähm ich fühle mich so mit dir verbunden fühlst du das auch irgendwie sowas ja und dass er sich jetzt hier damit auseinandersetzt und hier jetzt irgendwie mal auf den Trichter kommt ähm dass da was wahres dran sein kann ja also dass du hier die Wahrheit gesprochen hast und das ist ja auch so sagen wir hier noch Meditation das ist so krass Meditation bringt Antworten was habe ich gesagt ja er kommt hier jetzt so langsam auf den Trichter dass das mit dir hier eine Verbindung ist die man rational nicht erklären kann das kann man rational hier wirklich nicht erklären er ist ein Kopfmensch er ist sehr kopflassig er ist sehr im Verstand ne und er denkt mit dem Verstand aber nicht mit dem Herz und nun dreht sich das Blatt hier aber er kommt hier auf eine ganz ganz neue Ebene er denkt hier viel nach über Gott Jesus Engel er kommt hier so langsam auf diese Medialität er kommt hier jetzt so langsam in die Spiritualität rein und hinterfragt das Ganze hier mit dir aber auch aber also generell ist das hier Karma ist das Schicksal ja ist es aber auch mit dir dass man hier so eine tiefe Verbundenheit hat das kann er sich nicht erklären und hinterfragt das Ganze jetzt aber auch er fragt richtig es kann auch wirklich sein dass er anfängt zu meditieren um hier Antworten auf seine Fragen zu bekommen die er so nicht hat oder so nicht bekommt weil ihr ja hier keinen Kontakt zueinander habt nicht der richtige Zeitpunkt ja genau es ist jetzt doch nicht der richtige Zeitpunkt für euch ne wie gesagt hier ist noch vieles in der Umlaufbahn das geklärt werden muss das geheilt werden muss er hat grad ganz ganz andere Sorgen er muss sich jetzt erstmal um die Thematik mit der Schlange kümmern die ja hier raus geht und das nimmt ihn ja hier auch echt ganz schön mit auch emotional also hier passiert bei ihm echt dadurch sehr sehr viel ne dadurch dass die da oben jetzt eingreifen weil sie hier jemanden eine Dame jetzt zum richtigen Zeitpunkt in die Spur geschickt haben dass sie hier etwas auslöst also man kann dieser Dame hier wirklich dankbar sein man kann dieser Dame oder diesem Herren hier wirklich dankbar sein weil sonst würde dein Gegenüber hier nicht in die Gänge kommen gar nicht sonst würde er so weitermachen mit ihr da oben also hier mit der Schlange ne und das soll aber aufhören man kann hier wirklich jemanden sehr sehr dankbar sein dass hier jemand zur richtigen Zeit hier ja auf den Tisch gehauen hat weil dein Gegenüber es sonst nicht gehört hat hier musste jemand wirklich klare Worte finden damit dein Gegenüber hier jetzt mal aufwacht und er hört auch auf sie sonst hätte er es ja nicht getan so was haben wir noch ihr lieben Erzengel also noch nicht der richtige Zeitpunkt hab Vertrauen der richtige Zeitpunkt wird kommen ja bleib im Vertrauen wenn du es natürlich möchtest wie gesagt du hast es selbst in der Hand denn hier muss unter dem Kartendeck steht Genesung noch Heilung passieren und das haben wir hier unter dem Baum äh unter dem Baum mit dem Baum natürlich auch ne er musste jetzt erstmal wieder zurückkommen in sein Leben seine Wurzeln finden und sich neu wieder anbinden und das wird er weil er hier jetzt wirklich in die Spiritualität reinkommt in die Medialität das ist der Hammer das ist der Knaller was hier alles so parallel abläuft Wahnsinn das kann ich grad selbst hier nicht glauben aber das was die geistige Welt rausgibt das ähm das hinterfrag ich nicht naja also da bin ich komplett im Vertrauen drin und bin wirklich und bin wirklich ähm der Meinung dass das hier schon stimmig ist und auch wenn du es selber nicht weißt und sagst ach komm das ist hier eine Märchenlegung naja was heißt Märchen ach so was mach ich denn hier was heißt denn Märchenlegung für dich das ist ja eigentlich hier ähm für die einen ist es halt einfach nur eine Trennung aber manchmal steckt hinter einer Trennung so viel mehr ja und das können wir anhand von Karten natürlich sehen dass es echt vom Schicksal so gesteuert ist und was da in einem so passiert und was dann noch so abgeht und was dann zeitlich parallel noch dazu abläuft also das ist echt der Knaller aber das ist ja nicht stimmt jeder soll es ja so auffassen wie er es möchte aber ich sehe mehr und ich bin der festen Überzeugung dass wenn du hier zuschaust dann glaubst du auch an mehr etwas was man zwischen Himmel und Erde einfach nicht erklären kann und was sich auch nicht erklären lässt und das hat auch was hier mit mit Seelenverbindungen zu tun die sich hier rational wirklich nicht erklären lassen ich kann es mir auch nicht erklären deswegen bin ich auch so schlecht in dieser Thematik ich will mich damit aber auch nicht auseinandersetzen aber es ist bei mir auch passiert und ich hinterfrage das heute noch welchen Sinn und welchen Zweck so langsam komme ich auf die Antworten tatsächlich und kann damit auch was anfangen und bin da auch für dankbar tatsächlich ohne ihn wäre er nicht in mein Leben getreten oder reingeprescht dann würde ich jetzt hier nicht vor der Kamera sitzen weil ich war so so doll also ich hätte einen so extrem schlechten Selbstwert gehabt und Selbstvertrauen wäre er nicht gekommen wäre er nicht hätte er mich nicht getreten sozusagen oder auf den Boden geschmissen wäre ich nie erwacht und wäre auch nie in mein Selbstwert gekommen in mein Selbstvertrauen das ist krass was so ein Seelenpartner eigentlich positiv bei wem anders also bei dir oder bei irgendwelchen anderen Personen auslösen kann und das Gleiche ist ja auch mit dieser Dame passiert das ist auch ein Seelenpartner ja das ist sie das ist auch ein Seelenpartner bei deinem Gegenüber aber sie ist eher so das ist nichts Emotionales das ist sie wirklich eher auf einer freundschaftlichen Basis ne und das ist ja auch da und genau das ist es was hier jetzt passiert ist und sie hat in ihm was ausgelöst wäre sie deswegen sagte ich ja wäre sie nicht gewesen wäre erstens diese Trennung nie vollzogen worden oder könnte nicht stattfinden und er würde sich mit seinem Gefühl nicht auseinandersetzen weil sie ihm hier auf sie hat ihm hier auf den Pott gesetzt so genug der langen Worte lass uns mal in die Zeitkarten schauen ich ziehe für dich drei Karten du kannst dich zwischen 1, 2 und 3 entscheiden lass uns mal gucken was haben wir denn hier Karte Nummer 1 1 2 und 3 so wenn du dich für die erste Karte entschieden hast dann ist dein zeitlicher Impuls Zeiten des Lebens du spiegelst die Welt die Welt spiegelt dich hm ich glaube wenn du dir jetzt hier die erste Karte ausgesucht hast dann ähm es muss einfach laufen es muss so laufen wie es von oben auch vorgegeben ist man kann hier nichts verändern man kann hier nichts beeinflussen es braucht hier einfach glaube ich seine Zeit weil wir hier haben ja auch hier eine Sanduhr also die Zeit die läuft ja schon es läuft ja hier alles schon ja ähm nur wann das weiß ich nicht es braucht hier einfach nur seine Zeit und diese Zeit kann man einfach nicht beeinflussen das geht nicht Stapel Nummer 2 dein zeitlicher Impuls Mittwoch Zielbilanz sei ganz realistisch die 4 irgendein Mittwoch könnte für dich relevant sein und dieser Mittwoch könnte auf irgendeinen vierten fallen weiß ich nicht vierter, dritter ne das ist unwahrscheinlich vierter, 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 fünfter Zielbilanz sei ganz realistisch Zielbilanz aus deiner Situation hier und hinterfrag mal für dich was hier für dich wichtig ist und sei dabei ganz realistisch also halte dir vor Augen was machbar ist ja was sich umsetzen lässt was wäre denn hier jetzt umsetzbar für dich Stapel Nummer 3 dein zeitlicher Impuls auch die vier du kannst aufbauen vier Tage, vier Wochen Eieieiei also hier geht's bei dir wenn du dir die dritte Karte ausgesucht hast könnte es bei dir hier relativ schnell gehen recht zügig hier ne ich sehe hier aber auch wirklich jetzt keine Geduldskarte also hier steht irgendwie nichts von das einzige was wir hier nur haben ist nicht der richtige Zeitpunkt ja ich sehe hier keine Zeitverzögerung weil die mit der Schlange geht ja raus es kann sein dass sich das hier wirklich schnell entwickeln wird hier du kannst aufbauen du kannst hier auf dieser Thematik mit deinem Gegenüber aufbauen du guckst da hier auch ins Haus rein das steht ja auch hier wieder wie ich vorhin schon gesagt habe für einen Aufbau du baust dir etwas Neues auf du kannst aufbauen vier Tage, vier Wochen ja was du jetzt damit machst das ist natürlich deine eigene Entscheidung das entscheidest du aus ganz freien Stücken und wenn du dir sagst nö das ist nichts für mich dann gehst du oder du sagst doch das ist was für mich dann bleibst du halt einfach auch ne so na komm eine Karte ziehe ich hier noch ähm was möchtet ihr dein Gegenüber denn jetzt hier gerne noch sagen wenn ihr keinen Kontakt habt wie geht es ihm denn jetzt gerade wie geht es ihm denn hier jetzt so gerade uiuiuiui uiuiuiui so was haben wir denn hier passt wie die Faust aufs Auge hier na guck mal Stagnation und Ablenkung es geht mir gerade nicht gut das habe ich auch gesehen habe ich ja gesagt es geht mir gerade nicht gut und ich brauche meine Ruhe einfach Zeit für mich ich fühle mich leer und ausgelaugt habe kaum noch Freizeit ich funktioniere nur noch es hat wirklich nichts mit dir zu tun aber ich möchte momentan Abstand und von keinem etwas hören oder sehen ich muss mich ordnen und erstmal wieder zu mir selbst finden ja ganz genau das ist das was ich hier auch schon gesagt habe deinem Gegenüber geht es nicht gut er ist hier mit seiner Thematik momentan beschäftigt und er muss das hier alles erstmal klären weil er hier auch noch die Trennung von einer Schlange hat das nimmt ihn ja auch ziemlich mit und hier ist auch so viel Wirrwarr hier passiert auch so viel parallel der Streit hier mit der anderen Dame ja das ist hier nicht so leicht für ihn Stagnation ich habe das Gefühl wir sind an einem Punkt angekommen an dem es einfach nicht mehr weiter geht wir können an der Situation in der wir gerade stecken nichts mehr ändern oder verbessern das ist zwar sehr frustrierend aber wir sollten der Realität ins Auge blicken ich denke nicht dass wir jemals in eine feste Partnerschaft gehen werden es tut mir leid so jetzt kriegt mir hier aber keine Krise pass mal auf es ist ja so ja bei euch ist hier momentan die Stagnation angezeigt die wird auch noch erstmal bleiben ja deswegen ist es für ihn ja jetzt auch hier überhaupt nicht realistisch mit dir in eine feste Partnerschaft zu gehen was ja auch nachvollziehbar ist wenn er hier jetzt erst einmal sich von einer anderen Dame trennen muss dann muss er erstmal alles klären er braucht Zeit zum Aufarbeiten und er muss auch vieles hier in Heilung bringen deswegen sagt er dir jetzt hier momentan es tut mir leid es geht hier momentan einfach noch nicht es heißt aber nicht dass es hier überhaupt gar keinen Zyklus mehr geben wird weil wir haben ja hier diesen neuen Zyklus ein neuer Zyklus des Lebens wird beginnen das kommt dir plötzlich schnell und unerwartet das hängt aber von deinem Gegenüber ab wie schnell er ist und deswegen sagt er dir hier auch klipp und klar hier geht es momentan noch nicht voran und er lenkt sich jetzt erstmal mit anderen Dingen ab beschäftigt sich anderweitig hier ist aber keine andere Frau mit der er sich hier irgendwie beschäftigt sondern er ist mit sich selbst beschäftigt und das soll er ja auch er sagt ja ich muss mich ordnen und erstmal wieder zu mir selbst finden diese Zeit soll ihm auch gegeben werden so ja meine Lieben eine sehr spannende Legung muss ich schon sagen also hier geht es voran Stagnation Rückzug ist momentan noch angezeigt man wird sich hier noch nicht bei dir melden können es heißt aber nicht dass es nicht passiert also das ist hier auch wieder so eine Legung mit dem Open End das haben wir hier auch hier soll aber tatsächlich irgendetwas wieder passieren neuer Lebenszyklus wird beginnen plötzlich schnell und unerwartet dann wenn du nicht mehr damit rechnest dann passiert gerade in dem Moment etwas ne so ich hoffe dass dir die Legung gefallen hat und würde mich freuen wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen dürfen naja warum auch nicht wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und hoffe dass ich hier dir irgendwie einen wichtigen Impuls transportieren konnte dass du hier irgendwie weißt was ist hinter den Kulissen los was geht denn da ab dann hast du jetzt hier einen kleinen Einblick bekommen und hoffe dass du damit arbeiten kannst ja damit du hier aber auch für dich selber irgendwie eine wichtige Information einfach mitnehmen kannst und wie gesagt was du damit machst das ist dir selbst überlassen jeder ist für sich selbst verantwortlich und du weißt am besten für dich selbst was wichtig ist und was nicht und vor allem was du willst und was nicht ja meine Lieben dann würde ich sagen sehen wir uns heute Abend zu einer kleinen Abendbotschaft wieder und freue mich bis dann